Erzählen Sie mal was, ist das ein Motorrad oder ist das ein Fahrrad? Das ist ein Dampfmotorrad, ja. Das ist ein Eigenbau, ja. Und das ist der Punkt, ein Eigenbau. Diese Maschine ist keine Serienanfertigung, sondern die haben sie sich selber gewissermaßen auf dem Reißbrett ersonnen und haben die sich selber gebaut. Ist das richtig? Ja, die Bahnzeit war fünf Jahre. Das meiste, das war überlegen und das wenigste, das bauen. Also ein unglaubliches Unikat und wer da noch den Herrn Lang mal gesehen hat, wie der mit seinem Dampfkraftrad Gas geben kann, also das ist wirklich beeindruckend. Dann herzlichen Applaus für die Mini-Dampf-Order für den Herrn Lang. Sehr verehrte Dampffreunde, nun ist Schluss mit der Kommentierung. Jetzt machen wir alle zusammen das Web zum Sonntag. Alles pfeift, bitteschön. Ohren zu halten für die Kinder. Ohren zu halten für die Kinder. Achtung, jetzt. Ohren zu halten für die Kinder. Wunderbar, herzlichen Dank und ich wünsche dir noch mal einen schönen Tag in Kripa. Vielen Dank. Applaus Wunderbar, herzlichen Dank. Applaus Wunderbar, herzlichen Dank. Applaus pitches Wunderbar, herzlichen Dank. ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020